Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir lernen hier im Kurs A1 die Farben im Zusammenhang mit Kleidung. Ja, wir sehen hier einen Anorak, der Anorak. Die Frage lautet, welche Farbe hat der Anorak? Der Anorak ist grau. Die Mütze. Welche Farbe hat die Mütze? Die Mütze ist schwarz. Der Schal. Welche Farbe hat der Schal? Der Schal ist bunt. Er hat die Farben grau, braun, weiß. Ja, und ein bisschen blau. Also nochmals, die Frage lautet, welche Farbe hat oder ist etwas? Und die Antwort, hat die Farbe schwarz, grau, rot oder braun? Dankeschön.